Die Aufnahme musste gerade um ein paar Sekunden verschoben werden, meine Damen und Herren, aber jetzt werden wir losfahren, denn die Schwestern sind hier voll am Losmachen. Das war gerade gut. Ich wollte halt wie immer sagen, Aufnahme startet in bla 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 und da die Schwestern schon angefangen hatten, auf mich zu schießen, habe ich dann gesagt, Aufnahme startet, wenn ich mich hier versteckt habe. Das war gerade irgendwie gut. Ja, links und rechts, die Dinger, da kommen wir aber jetzt auch nicht ran, ne? Ja, gut, da müssen wir, ja, gut, das gibt ja noch andere. Ja, hier ist nur das Wasser, war denn in den Dingern noch? Da war keine Lava, ne? Ja, sind wir dann hier fertig erstmal? Ja, wir auch. Okay, ja, war da Lava? Ja, doch, da war Lava. Na gut, dann hin. Dann hin und weg! Echt, ich wollte im letzten Part irgendwas mit flutsch und weg sagen, aber ich weiß jetzt nicht mehr was... Flutschi ist ja kein Fluchtflutschbonbon. Fluchtfluchtflutschbonbon? Ein Fluchtflutschbonbon, okay? Das flieht, das will nicht gelutscht werden, das Ding. Flutschi ist kein Flutschbombon, nein, Fluchtflutschbombon, Fluchtflutschbombon. Fluchtflutschbombon. Hä? Fluchtflutschbombon, das ist ja geil. Na, ich wollte gerade sagen, ist doch furcht, was es nur ist. Ja, den Totenkopf nimmst du wieder nicht. Ich weiß, aber ich geh doch eh zurück. Den hätt ich schon mitgenommen. Keine Sorge. Den bräuchten wir jetzt mittlerweile nicht mehr mit der Bahn fahren. Nö. Ach, da, da war ja ein Weg, ja, stimmt. In der Tat, hier war eine weg. So, ist hier was? Och ja, natürlich. Hi, Schatz. Ist die Tür da offen? Was? Ist die Tür da offen? Ja. Ah! Ah, okay. Äh, nee, nee, Freunde. Ah, okay. Nee, 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 nee. Nee, ich will wissen, was hier ist. Weil irgendwo muss hier ja nicht ein Arbeiter stirben und so ein Kotzi. Die Gesundheit nennen. Ja, doch. Aber stirb endlich. Ja, nimm doch die Gesundheit. Ich muss ihn doch erst mal töten. Oh, hier ist noch einer. Hä? Wo bist denn du? Das sieht aus wie ein Böfengesicht auf dem Boden. Oh, fuck, 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 hey. Geht hier los, Alter. Ach. Ich muss doch nicht die Feuerzahne zu nehmen. Ja, hier ist nix, ne? Nö, hier ist gar nix. Doch ein Böfengesicht. Wo komm ich hier raus? Ich gehe hinter einfach und dann mit da links ohne die Feuerzahne zu halten. Oh mein Gott, das ist so krank gerade. Komm, stirb schneller, ich will dein Leben haben. Danke. So. Ich wäre ein geiler Tiefel für den Film, komm, stirb schneller, ich will dein Leben. Ja, dann können wir ja einen Film drehen. Das muss doch die Story her. Ach, die Dinger, die macht er ja nicht kaputt. Nein. Okay. Ja, sinnlos Raum, dankeschön. Danke für nichts. Feuchtigkeits-Arsch. Oh, könnte das hier mal enden? Ich mag das nicht, wenn das hier mal... Nee, jetzt gehe ich zurück und will die Govies haben. Ich habe gedacht, das würde hier irgendwo mal enden. Nein. Oh ja, sorry. Oh, der Typ mit der Kette. Ich gerade wieder nein und du, oh ja. Ja, der Typ mit der Kette. Heilige Scheiße, erschreck mich doch nicht so, du Arsch. Oh. Ah, nimm mal ein, ey. Geht ja ab wie ein Zäppchen, aber bald ist ja gut. Ich habe mich übelst erschreckt gerade. Oh nein, der lebt ja noch. Oh, stirbt doch. Das war jetzt gerade das gelegatorische Tropfchen in der Hose. Oh, mein Gott. Ich habe mich wirklich gerade übelst erschreckt. Nee, das hat man gehört. Äh, ja doch. Oh, guttach. Ach, von unten ballert schon wieder einer. Glaube ich. Ja. Ach nein. Aber es ist nicht jemand da. Der Rückwärtsgang von ihm, der ist so geschießen. Ja. Ah, ich muss bestimmt von den Teilen da drauf springen. Kann das? Ja, natürlich. Das kann ja wieder nicht werden. Ach, sag das nicht. Nein, du solltest mich mitnehmen, du Arsch. Nimm doch einen anderen. Na, na, verdammt. Ich wusste nicht, dass da unten Wasser ist. Ich nehme ganz stark an, du musst von der anderen Seite heranspringen. Von da, ja, ja. Okay, ja, das ist ja fies. Naja, gut. Aber wird machbar sein. Schätze ich mal. Mit viel Laderei. Ach, du Scheiße. Und da oben soll doch wieder was drin sein. So. Ja, natürlich. Und runter. Und nester. Das ist irgendwie cool. So was finden sie dann cool. Off und runter. Runter und nester. Nein! Ja, ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Das war knapp. Oh, Spiel, hör auf zu hängen. Ey, das macht Spaß. Da geht's weiter. Na, dann gehen wir mal drauf. Wie dann im Kopf gegen den Pfosten. Ach, nö. Oh. Wo sind wir? Ja, auf jeden Fall noch irgendwo in einer Fabrik, wa? Ah, okay. Oh, ey, das ist doch auch grausam. Ich finde das gerade richtig grausam, diese ganzen Wege. Hier. Aber du könntest erst mal die anderen Dinger holen, das ist vielleicht sinnvoller. Also zurück, ne? Oh, oh, aua. Nein, das war keine Absicht. Hier ist einer mit einer Kettensäge. Kettensägen-Mars-Fucker. Ist du irgendwie zu dumm zu sägen, oder was? Schenke, schenke, Baby. Ey, da war ja gerade voll der Bauchklanz. Oh mein Gott. Hier, was kommt denn jetzt? Toll! Ach, das Ding fährt, okay. Komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Nein. Ah, doch, da. Darum es da hoch geht, ist wohl fraglich. Ah, die Erleuchtung. Äh... Ja, geradeaus zieht die Tür nicht wieder rechts, weil sonst ist wieder die Schrecksekunde da. Und noch mal die ganze Schoße. Und rauf, rauf, rauf! Warum schießt denn da einer? Hör auf zu... Schießt! Wie kommt der denn her? I don't know. Soll ich jetzt hier weiter oder da hoch? Nee, erst mal nach links, weil er da... Okay. Ich muss mir gerade mal die Oben reiben. Nein, 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 oh fuck. Dann bist du wieder Scheiße gebaut? Man! Ich bin runtergefallen. Mehr speichern, weniger verkacken. Ach, kennt mich doch. So. Ja. Hör auf, zu schießen, du da hin. So, das habe ich gespeichert. Und rauf, und rauf. Dann geht's zauf. Mehr, Kollege. Ich kann das auch, was du kannst. Ich kann auch schießen. Ja, du kannst dich auch erschießen. Ja, das kann ich in der Tat auch. Äh... Ja. Ich hätte... Ja, hier muss ja ein Wunschalter sein. Ach, okay. Zum Thema. Okay. Na, wie soll ich denn das... Da muss ich ja dem Ding bestimmt hinterher. Nee, aufklettern. Nee, nee, ich muss, äh... Aufklettern. Der kommt wieder zurück. Ja, ja, ich weiß. Ich warte gerade. Ich muss mich ja dazwischendrin dann runterlassen. Ich muss mit dem ja mit... Uh, deine Runterlasserei. Kick mich nicht runter, kick mich nicht runter. Fahr wieder nach vorne, du. Aua. Und jetzt. Und jetzt. Spring. Hopp. Zieh. Tisch. Ich hätte das Ding wahrscheinlich vorher abballern sollen, oder? Oh, 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 oh. Ich hätte doch noch nichts dabei. Ich bin nicht runter. Wow. Das war knapp. Das war übrigens noch so ein Fass gewesen. Das war garantiert wieder so ein kleiner... Fass? Echt? Ach so, oh. Ah, okay. Man, nochmal... Die haben echt einen Knall, was das angeht, ne? Das ist nicht nett. Gar nicht. Lauf. Ach ja, da war... Stimmt, jetzt weiß ich auch welches. Fuck, 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 ich lade. Es ist so klar, die Frau quatscht und holt dir die Melone von der Erbsen runter. Die Melone von der Erbsen runter. Und jetzt und zack und bums und krach und bums und kirsch. Wo ist der Hirsch? Nicht hier. Ich glaube, die Schöne da runtersliden, gut. Ja, finde ich auch gut. Finde ich auch lecker. So, der nächste. So langsam ist es extrem, ne? Ja, also wenn man erstmal so irgendwie die Anfangssession war... Oder die Anfangsdinger waren doch langweiliger gewesen. Wo ich mir vorstellen könnte, dass da auch einige... Er ist nicht gesprungen. Dass da, dass da dann wirklich einige, äh, 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 auch sagen, und so, dass er auch passt. Und das sagen vielleicht nicht einige, aber da hättest du jetzt noch raufspringen können. Ich weiß. Dass da dann aber wirklich in der Anfangsphase einige sagen, ja, und dann sagt sie wieder, ich kratsche dazwischen. Dass dann eigentlich in der Anfangsphase dann wirklich sagen, ich höre jetzt auf mit dem Spiel. Das war jetzt auch wieder so ein Satz von dir mit dem tausendmal dazwischen babbeln oder was anderes babbeln und dann... Ja, das ist die Auto-Reverse-Taste. Ei, ei, ei. Das war jetzt aber auch... Das war jetzt aber auch mehr Glück als alles andere. Ach ja, stimmt. Ach, Käfig. Oh, oh. Ja, ja, der ist okay. Nee, der ist überhaupt nicht. Jetzt rüber. Und hoff. Oh, nee, nee, ich... Ja, ja. Ich lass ihn fahren. Ja, da kannst du warten. Nein, das bringt nichts. Doch, du bist auf die mittlere Ebene. Jetzt aber schnell. Hoff. Das schaffe ich nicht mehr jetzt. Ja. Na, na, na. Hau ab. Ja. Oh, ja. Und jetzt, 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 jetzt ran an die Scheiße. Mach doch mal hin, Mensch, du bist der Arsch aus dem Knödel. Oh Gott, mach, Shadow. Ich hab jetzt schon Angst vor diesem blöden Fahrstuhl, der gleich hinter mir ist. Es geht fast runter. Es geht fast, du, wenn du so gehfst. Ja, ein fahrender Käfig. Ja, also kein Fahrstuhl. Also ein Fahrkäfig. Warum heißt das eigentlich... Wow, wo kam der denn jetzt auch immer her? Keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich theoretisch... Kannst du nicht einfach springen? Also die Ver... Ey, das war wurscht. Kannst du nicht auf die Rohre da? Na, glaub ich nicht. Speichern. Ich versuch's grad einmal. Ich hab doch gesagt, dass das nicht wird. Du solltest das mit den Rohren probieren. Du sollst nicht das Spiel schieben. Hör auf, da... Ey! Ich hab doch die Bömse da jetzt endlich aus der Hand. Ich wusste nicht, dass wir die noch haben. Ja, dann guck doch mal hin. Das ist doch nicht der Hand in der Huffrisse. Nein, 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 nein. Loslassen. Ha! Ähm... Der hat die schon gar nicht mehr. Komme ich da jetzt so hin? Ja. Ja. Dankeschön. Jetzt ist das die Frage, kommen wir in den Käfig da rein? Er kann... Ha! Er kann sich da hangeln. Ja, aber dann kommt er so nicht in den... Na, theoretisch müssten wir jetzt sehen, wann der Käfig kommt oder auch nicht. Also auf jeden Fall geht sie da weiter. Ah. Ja. Er zurück? Nein! Ach, schau doch mal, du Arsch. Machst du das jetzt mit Absicht? Nein! Doch. Würde ich nie tun. Pass mal auf, sonst gibt's hier gleich Arschgranaten. Oh. Ja, der sagt, dass die Käfig-Arschgranaten... Arriba. Hai, jai, jai. Das ist kein Hai, das müssen sie groß geworden haben, weiß ich nicht. Wir müssen dann übrigens wieder an die Dings springen und weiter. Ja, ja, I know, I know. To the waffle wag, mal wieder. Gut. Und dann sagst du immer, du kannst keinen Kölnischen Akzent. Das ist auch kein Kölsch mit Wath-a-Wag. London? Ich weiß nicht, was das für ein... Das ist so Ottmar-Zittlau-Akzent. Ach, bock mal wach. Oh, ey. Ja. Ist da noch was? Nein. Nutsch. Erkennst du übrigens die mit Ottmar-Zittlau, wo er dabei Bulli ist, mit diesen drei Tendüren? Ja, die kenn ich. Das finde ich ja so geil. Das Ding kennen wir auch. Das ist ja unser Ding, wo ich da mal gehülpst habe. Ja, bestimmt. Das sah jetzt aber irgendwie schön aus, ne? Ja, und wir sind immer noch nicht auch gestiegen.